Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Höringbude. Langsam werden die Packs knapp. Es ist inzwischen der 19. angebrochen. Und die letzten Folgen haben sich nicht als toll erwiesen. Es fehlt einfach noch das gewisse Etwas. Ich meine, ich öffne 84 Packs von diesem Adventskalender. Und ich will da schon eine richtig krasse Karte rauskriegen. Eine Secret-Ware am besten. Da zähle ich jetzt die von Evolutions, die ich bereits hatte, nicht, weil die war nicht so krass. Weil da gibt es die schon hin und wieder. Oh ja, heute beginnt es besser. Ein Losadin GX mit einem sehr, sehr coolen Artwork. Und ein blauer Flut-Aquaknarre reißender Strudel. Ja, finde ich cool. Beginnt gut. Dann kriegt schon der Wächter gleich noch mehr. Diesmal habe ich aber einen komischen Nager, Eis, einen Herzfisch. Ich glaube, das ist schon ein bekanntes Zeug. Und ein Panda. Damit ein bisschen Innovation reinkommt, kommt auch mal das erste Sturm am Firmament-Pack heute. Gott, ich habe jetzt nicht berechnet, wie viel ich an Weihnachten und Heiligabend, das ist ein Unterschied, selber öffne. Aber ich glaube, das wird einiges. Hier haben wir Voltewald, Schneckmark, Schlucko, Schlucko, Geckabauer, Flummel, das vor einem Creepy Kostur so wegrennt, Alabis, Minon, Lumis, eine Energiewiederverwertung und ich gucke weg als Finale. Ist es gut? Könnt ihr mal sagen, ob es gut ist? Was höre ich da? Ist es gut? Sagt ihr, es ist gut? Ihr habt nicht gelogen! Ähm, ich meine natürlich, natürlich nicht. Alola Radical GX. Ich wusste gar nicht, dass es diese Karte gibt. Und das ist saftig. Cool. Na dann, kann ich die Folge noch happy beenden. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann.